Hallo und willkommen zu Minecraft Let's Play. Wie ihr seht, ist das eigentlich nur eine ganz normale Welt für euch. Aber da habt ihr falsch gedacht. Denn ich habe heute etwas ganz besonderes gemacht. Aber heute haben wir leider keine Zeit für die Flachwitze. Sonst kamen ja in letzter Zeit auch keine Flachwitze. Tut mir leid. Aber ich muss euch etwas sagen. Denn wir haben einen Mod drin. Einen Mod, der Drachen dazu führt. Und wenn ich jetzt Drr eingebe, denkt ihr euch so, was ist denn das? Aber hier haben wir einen Mod dabei, die Drachen pläsen können. Also ich habe mir bis jetzt nur einen Drachen angesehen. Und das war glaube ich, ja das war dieser. Wir nehmen mal einen Feuerdrachen. Ja, der liegt da ja auch schon mal. So, das hier sind wunderschöne Tiere. Die kann man auch eigentlich reiten. Wie aber, habe ich noch nicht rausgefunden. Muss ich mal sagen. Äh, hallo? Es gibt auch noch, ähm, man kann sich auch noch Rüstung aus Drachen machen. Ich glaube, ich nehme die hier für Feuer. Denn ich bin eher, ich mag wirklich Feuer mehr als, äh, als Wasser und Eis und sowas. Feuer ist so mein Favorite. Bei sowas. Falls ihr es versteht. Da, was drücke ich denn da schon wieder? So. Mal sehen, wie die so einmal aussieht. Uh. Interessant. Hä? Ah, ich verstehe. Okay. So. Dann sind wir jetzt... Oh, warte, warte, warte. Hey, warte. Warte, Drache, bitte. Ich will der Meister sein. Bitte. Ich finde das so cool. Wir saßen, ich saß jetzt fast eine ganze Stunde an diesen einen kleinen Mod, der das macht. Aber ich muss sagen, ich finde das echt cool. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendetwas hinzukriegen. Ich hätte jetzt nicht aufgenommen, wenn, ähm... Ja. Was ist denn das? Feuer. Probieren wir doch mal, was ist denn das? Was ist denn das? Vielleicht kann ich den irgendwie aufsetzen. Ah, warte, bitte, lieber Drache. Warte, warte, warte. Hallo? Wie macht man das? Äh. Äh. Tut mir leid, ich weiß nicht. Wir können leider auf den Drachen nicht reiten. Aber ich will mal... Ich will was mal ausprobieren. Tut mir leid, nein, ich tüfte nicht. Da hinten ist doch so ein wunderschöner geheizter... ...Mmm, Felsen. Ja. Ich weiß was, bevor wir schlafen gehen, zeige ich euch einfach nochmal, wie die anderen Drachen aussehen. Denn ich erlebe das gerade mit euch, sozusagen, außer den einen Drachen. Den habe ich auch schon selbst mal angeguckt. Den kann ich euch aber auch gerne noch zeigen. Okay. Dann hätten wir das ja schon mal so. Also, das hier ist der Giftdrache, denke ich mal. Oder ein Erddrache. Du bist hübsch, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, ich place die anderen mal woanders. Ja, ich glaube, hier unten ist es ganz gut. Ja. Das hier... Oh, der ist ja mal hübsch. Der ist auch hübsch, muss ich mal sagen. Das ist ein Eisdrache, glaube ich. Also, ganz oft bin ich entweder Eis-Typ oder, ähm, Feuer-Typ, muss ich mal sagen. Oh, das ist der Wasserdrache, wie es aussieht. Und den habe ich mir schon angesehen. Das ist ein ganz normaler... Ne, das war der Knochendrache. Das ist ein Knochendrache, ja. Dann wollen wir einfach uns mal ins Bett legen. Oh, ist bei mir gerade im Hintergrund die Musik laut gewesen? Ihr hört die nicht, also ihr habt kein Problem damit. Ich habe nämlich gerade auch 50 Lautstärke bei mir an. Und deswegen bin ich gerade vielleicht laut bei euch. Ah, was war das denn gerade? Haut ab, ihr blöden Monster. Das interessiert mich nicht. Ich will aber mal wissen, was passiert, wenn ich so enttöte. Tut mir leid, jetzt, kleiner Drache. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Weil es gibt Motten, die da liegen, dann da so. Das gehört schon viele Leben. Ah, ich brauche ein stärkeres Schwert. Was ist denn das stärkste? Data N, da ist das stärkste. Okay, nehme ich mir einfach mal. Wie viel Schaden macht denn das? Weiß ich gar nicht. Eier! Also, wie findet ihr den Mod? Bewertet einfach mal. Gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr den toll findet, wenn ihr den blöd findet, dann gebt einen Daumen nach unten. Ganz einfach. Und das verstehe ich ja nicht. Muss man die erst... Warte kurz. Uh, das finde ich interessant. Das muss ich mir kurz mal ansehen. Denn ich werde... Ich bin ja ein Feuer-Freak. Ich werde einfach mal probieren, mir ein Feuerei auszubrüken. Dafür werden wir uns aber erst mal eine hübsche Station bauen. äh, lieber aus dieser Rolle. So. Weil das geht ganz einfach. Man braucht dazu... Warte kurz. Das könnte jetzt kurz dauern. Ich weiß leider nicht, wie das in der Version aussieht. Ich kann ja mal schauen, was es hier so gibt. Wie das heißt. Denn hier irgendwo muss es wahrscheinlich so etwas, womit man anzünden kann. Dieser Block, wo es dann so ewig brennt. Wo ist der? Hä? Und wie sieht der überhaupt in dem Mond aus? Magma-Block. Warte. Ich brauche einfach mal ein Feuerzeug. Da. Probieren wir einfach mal. Ah, ich glaube, ich weiß, was Magma-Block ist. Das brennt nicht ewig. Könnte ich hier einfach mal probieren. Vielleicht wird das ja doch ewig. Ich weiß halt nicht, ob das klappt. Was ich mir... Wie ich es mir vorgestellt habe. Werden wir gleich mal sehen. Tut mir leid, wenn ich nicht so viel gerade rede. Ich bin gerade so fasziniert. Das ist einfach mein erster Mod. Und ich habe so lange dran gesessen. Wirklich. Wirklich. Wir saßen gerade die ganze Zeit vor diesem Video. Also vor dem Video, was wir gerade am drehen, ähm, saß ich halt so die ganze Zeit und dachte mir so, oh. Warum dauert das so lange? Vielleicht kann man den Schwamm nicht anzünden. Kann ich ja mal einfach probieren. Dann brauche ich jetzt eine Tür. Ich glaube, am sichersten sieht diese Tür aus. Von einer außer der Eisentür. Mal sehen, ob das klappt denn. Warte. Geht das? Was passiert da gerade? Okay. Kann ich mich da raufsetzen? Oh, muss ich das einfach nur rumschieben? Hä? Hallo? Weißt du was in der Zeit, wie sich das Ei darum kümmert? Ei zu sein, mache ich aber meins. Was war das? Was war das? Da kam nämlich gerade bei mir so ein Zaut. Ne, noch nichts passiert. Können wir einfach... Ne, nicht. Oh, das haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Das ist nämlich das Ender-Ei. Und das Nässe-Ei. Ich glaube, das Ender ist das stärkste. Oh, das kenne ich. Diesen Drachen von der Art kennen wir ab. Das ist der ganz normale. Wie sieht der aus? Oh. Der sieht krass aus mal. Der macht voll die komischen Sound-Effekte. Dann probieren wir es nochmal. Was ist denn das überhaupt? Gehorst du jetzt mir? Bist du mein? Äh, weiß ich gar nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Sticks? Hä? Hä? Komm schon. Ich will endlich mal auf euch fliegen. Ich kann ja irgendwie nichts machen. Oder muss man die selbst machen? Damit die auf dich hören. Damit du die reiten kannst. Ach, muss ich mal, wenn wir mal angucken. Also, ja. Ich glaube, das war es dann erstmal für die heutige Folge. Und ich sage einfach mal, schau. Das war jetzt nämlich nur eine Kurzfrage. Tschüss, Leute.